Willkommen zurück bei GTA Online Beim Überfall auf Human Labs Die nächsten zwei wahrscheinlich Geht das ein bisschen engagierter? Das geht auch engagierter Hallo und herzlich willkommen bei GTA Online Heute der Überfall auf Human Labs Ich hör mich an wie dieser Der im Dschungel war hier Wissen Name ich gerade vergessen habe Walter Freiwald Ist egal, aber es könnte ruhig mal ein bisschen Wieso muss ich schon wieder Warte, darf ich das oben jetzt vielleicht vorlesen? Ja, darf ich das? Schnell, schnell, schnell Verschafft euch Zugang zu Human Labs Und kommt mit ihren Daten wieder raus Nachdem der EMP ausgelöst wurde Geht die Hälfte des Teams mit 80 Geräten rein Während der Rest ihnen im Kampfhubschrauber Die Verstärkung vom Hals hält Dann sammelt das Hubschrauberteam den Bodengruppe wieder auf Bäm Geht immer besser Verschafft euch Zugang zu den Human Labs Und kommt mit ihren Halt die Frisse Ich mach dich besser Wir können ja mal Einen Kanon machen, weißt du? Jeder fängt einfach zwei Sekunden später anzulesen Er schafft euch Zugang auf Human Ach ne Schon wieder der Hipster Ah man, mit seiner Leoparden Ich glaubte, er hat auch Leoparden Bettwäsche und trägt das Bettwäsche Oh Mann Nein, nicht Bettwäsche, Unterwäsche Achso, katzin Und das ist genau das, was ich möchte, dass du diesen nächsten nächsten passen Wir werden etwas aus der Niveau Wir werden etwas aus der Niveau An EMP Oh, sie ist laut Also, ich fliege nicht in der Niveau Also, ich fliege nicht in der Niveau Vito, ich fliege auch nicht Einer von euch konnte doch richtig gut fliegen Äh Eigentlich nicht Naja gut Also, wir können's probieren Ja, schauen wir uns erst mal die Aufgaben an, oder? Also, letztens was fliegen ging bei der Einreizung Das ging eigentlich Ich fliege nicht Um Human Labs den Strom abzustellen Es ist momentan in einem Hydra Senkrechtstarter eingebaut Huiiii Also, derjenige müsste wahrscheinlich diesen Senkrechtstarter fliegen Ich fliege die Hydra, ich fliege die Hydra, ich fliege die Hydra Ja, dann haben wir doch schon unsere, unseren Deppen Wir müssen alle fliegen, das ist halt egal Ich fliege definitiv nicht, weil ich weiß genau, dass ich so dermaßen Aber Wir müssen alle fliegen Ihr müsst So, schwere Panzerung gekauft Ja, ich auch Schwerste Panzerung steht bei mir Besorgt euch an eben Ach, das hab ich auch eben schon vorgelesen Ja So, wir könnten Ich bin soweit Soll ich? Ich geh mal wieder auf Normal zurück, ne, von der Stärke Ja, warst du auf Schwer, oder was? Ich bin grad auf Schwer aus Versehen, ja Ach so Aber die Ebene war nicht auf Schwer Nee, 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 nee Ich bin ja dafür, wir machen das Ganze dann, wenn wir mal durchgespielt haben Nochmal auf, auf, äh Schwer Ja Ach so, Kleidung Ich bin irgendwie kein Fan von diesen Masken, ich mag das lieber so ein bisschen legerer Ja, wenn ich mit einem Klammschel sitzen muss, dann... Ja, dann kannst du ja Hm, passt ja Wenn eh alle fliegen müssen, dann... ...passt das ja Mir ist das egal Ich bin wieder hier, mit der Sturmhaube In deinem Revier Ich frei für Pussy Riot Maske Ich bin wieder Ghost Ich find ja diese, diese Körper, diese Körperpanserung find ich ja gar nicht so hässlich Ich kann ein Auto gar nicht auswählen, wieso darf ich kein Auto auswählen? Das ging doch letztes Mal noch bei mir Versteh ich nicht Ja Diskriminierung Diskrimi hast du gesagt Okay Begib dich zum Dingi 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 Ach man, das hat nur zwei... Keiner will bei Fabi mitfahren Zwei Typen Ich... Geh gar nicht, zwei Typen Warum steigst du aus? Ja, weil ich eigentlich so lieb war und eigentlich einen Easy Fighter Platz machen wollte Warte, ich, äh... Ja, abschließt Ah ja, perfekt Die Flugzeugsträger da, ne? War das, ne? Ja Begib dich zum Dingi Markier doch mal Der ist doch da... Backel Achso Ich... Entschuldigung Bist du den Rest da geschwimmen oder was? Äh... Könnte sein Ist markiert Ne, da ist ein Boot Da ist ein Boot Da ist ein Boot Ach Dingi ist doch dieses Schlauchboot Ja, genau Alter, da steht ein Auto Ja, aber fahr überlegen Ich fahr aber Also bei Racken ist das nicht gut? Ne Aber wie läuft's auch nicht besser Das reicht ja schon Du hast da... Du hast da... Du hast da eine... Ja, super Ich dachte, du hast... Du hast da schon übersehen die Ampel Ich nehm jede Ampel Oh, verdammt Du hast da eine übersehen, fahr mal zurück Reines Prinzip Ey, der fährt echt zurück Der fährt echt zurück Quatsch Was für ein Fehler Hätte ich jetzt mal machen müssen eigentlich Ich kann nicht mehr Ich kann auch nicht Oh, verdammt Ja, wir liegen wieder auf dem Dach Ja, also sobald jemand bei mir mitfällt, kann ich's nicht mehr Äh... Sobald jemand dabei ist, kannst du's nicht mehr, gell? Ja, genau Alleine bist du besser Ja, auf jeden Fall Ich kann nicht, wenn jemand Zug guckt Ja, auf jeden Fall Ich mach mal die schöne Kinoansicht, dann hat das ein bisschen mehr was Oh ja, cool Die Idee, ich auch Aber es klappt Es klappt also Das war unsere Motorhaube Ja Sag dir, der Typ, der in Los Santos die Straßen schildern... Da ist... Da ist ein Zug! Der Typ, der in Los Santos die Schilder und die Lampen wieder aufstellt, das muss der Bestverdienst... Der am meisten Kohle verdient, der Stimmt Die fahren noch kurz vorm Zug rüber, weißt du? Äh... Und gleich dahinter ist der Typ, der die Polizisten beerdigt Also Polizisten ist wohl nicht so grad der beliebte Beruf hier Nö... Boah... Da kommen die ganzen... Da kommen die ganzen, die in der Schule nichts gelernt haben hin Ähm... GTA 4, wo ich da alles abspollert hab Ich hab, ich hab irgendwo mal ne Statistik als... Aber das glaub... Aber das war glaub ne anderes Spiel... Ne Statistik von, von wie viel getötet worden und... Aber ich glaub das war irgendein anderes Spiel Gab's bei GTA auch schon... Bei GTA 4, ja... Oder irgendwo... Da hatte ich jetzt mal gelesen gehabt, dass wie viele Polizisten schon getötet worden oder so... Da dachte man so... Alter... Die haben so den online auch schon mal gemacht... Das war so ne Zahl, das ist unglaublich... Ja... War extrem hoch... Falsch... Muss man lang... Ja, Alter... Ach... Hier runter? Na guck... Wow... Wenn mein Auto sich dreht... Speedy hat Rettungsdacke umgebracht... Hahaha... Mehr hab ich nicht... Stopp! Wo willst du denn hin? Wieso? Was ist hinter uns? Hä? Oh... Ja okay... Alter wir rennen meiner... Ja weil wir die körper... Schwere Körperpanzerung haben... Wir rennen in Zeitlupe... Guck mal... Und ne... Und das Standfallen... Weil wir die schwere Körperpanzerung haben... Können wir nicht... Ding wie Schlamm... Ding wie Schlamm... Baywatch... Wir können so voll in Zeitlupe... Aber wenn stand bei mir... Wegen schwerer Körperpanzerung... Kannst du nicht schnell rennen... Ja... Nie gelesen... Cool... Ach schön wie der Speedy da sich gerade reingeklitscht hat... Der Hamburger Pferd... Achtung in Deckung... Ja hier sind ja keine... Straßenschiller und Bäume und Ampeln und so... Soll ich dich lieber fahren? Müssen soll ich hin? Ah... Ich seh schon... Zum gelben Punkt im Mai... Ja ich seh schon... Markieren bringt hier nicht viel... Ne hier hinten... Leuchte auch schon was... Oh ja... Ich seh... Boah... Geil... Alter das ist der Flugzeugträger man... Den wir dann auch kaufen können... Ja leider nicht... Ja das ist ja geil... Das wär richtig geil... Aber dann wär ganz GTA Online... Du siehst nur noch diese Flugzeuge... Da sich bekämpfen... Ja... Naval Strike... Das müsste man machen... So als... Das ist ja so... Crew Kampf und so... Das wär geil... Ja so 64 gegen 64... So arg... Battlefield mäßig... Ja gut... 64 kriegen das... Gibt's ja nicht auf dem Server ne? Ja dann müsstest du den großen Server machen... Oder so... Da haben sie ja schon... Mit der BL4 zum Look... Alter... Ach man... Guck mal wie hoch unser Boot einfach springt... In echt nicht so einfach... Rausfliegen... Ja... Ja... Ich hab das mal auf Ibiza gemacht... Als ich da gearbeitet hab... Die Dinger sind richtig pervers... Also... Boah... Ja okay... Ich haut's aber trotzdem raus... Kennst du nicht? Das Video... Ja man kann's da angenommen... Ja gut... Du bist in so... So ein Sitz komplett... Wirklich richtig reingeschnallt... Die Sitze selber sind auch noch gefedert... Weil das extrem auf die Lendenwirbel geht... Aber... Alter... Aber du wirst ja links rechts und so... Der macht das ja mit Absicht... Dass er wirklich... Teilweise wirklich... Aus der Geschwindigkeit... Eine Linkskurve... Eine 90 Grad Linkskurve macht... Boah... Das war schon echt... Entrat am Limit... Das war schon echt... Entrat am Limit... Geil... Aber ich glaub wir haben da einen guten Widerstand... Höchstwahrscheinlich... Mh... 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 Die hab ich auch noch nicht gespielt... Ja... Und beim Livestream gesehen... Ey... Boah... Das sieht ja so geil aus... Alter wie der startet da... Boah... 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 Alter... Da hab ich mich ja am meisten drauf gefreut... Ogasmus Alter... Haha... Ich hatte schon zwei... Haha... Das war gut... Aber gut gell... Die bemerken uns ja nicht... Er hat ja zwei Katzen... Ey... Nicht gegen meine Katzen... Die waren nicht gegen deine Katzen... Halt... Ne... Ne... Weiter, weiter, weiter... Stimmt... Das erinnert mich gerade so an... Battlefield... Mit diesem Flugzeugkläger... Und diesem... Rückboot... Ah... So... Masken aufsetzen... Ja... Ich setz mal im Wasser auf... Wo es geht... Oh... Standard... Aua... Tut mir leid... Ich geh mal da lang... Hä? Wo... So... Waffen auslösen... Raus... Hä? Ja, komm mal im Speedy hinterher... Wow, wow, wow... Alter, alter, alter... Warte dich auf... Wer ballert denn denn schon? Einfach umgehen... Einfach umgehen... Nicht... Oh... Boah... Okay... Ja, klaut mir die Deckung... Ah, danke... Ähm... 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 Ich glaube... Die haben da was bemerkt... Och... Wie kommt ihr darauf? Geringfügig... Für Leute, die im Hangar rumballern... Meinst du, es fällt auf? Nein... Quatsch... Gar nicht... Ich sollte vielleicht mal fest... Scheiße, weg, 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 weg... Was? Hast du Granate geworfen oder was? Nein, aber die... Haftbomb ist da festge... Äh... Oh... Ja, festgepackt... Gut, dass er das gesehen hat... Seid ihr weg? Nein, nein, nein... Jetzt... So... Alter Schwede... Ich geh mal nach oben... Ich glaub wir sind hier falsch... Wir müssen da hinten hoch... Ja... Aber ich krieg noch Hits... Achtung... Da sind noch irgendwo welche... Ah, ich häng an so ner Scheiße angekommen... Ah, die kommen nicht durch... Shit... So, ich bin unten... Ich bin unten... Au... Abbein... Abbein oben... Wie oben? Ja, die kommen... Da ist ne nächste Welle... Sozusagen... Easy... Ah ne, HSV... Jo... So... 3... 2... 1... Los geht's... Sind die da? Ja... Seht ihr nicht? Der ist... Oh, ich backe im Flügel fest... Der müsste auf dem Boden liegen mittlerweile... Ja, geh mal hier hinten hoch, oder? Der ist draußen, oder? Der ist draußen, ja... Der ist draußen, ja... Immer da hoch... Huch... Wird's hier rein? Alter, das Laufen ist echt... Scheiße... Ja, das ist wie gesagt mit diesen fetten Panzerungen... Das stand am Anfang... Brauch wer Leben? Hier ist Leben, wo ich bin... Wo? Ich hab fast halbe Panzerung noch... Ich hab voll... Alles voll... Boah... Ich brauch Hilfe... Ja, wo bist du denn? Wo bist du? Ich hab ihn, ich hab ihn... War nur einer... Da ist noch einer... Alter... Ida ist noch einer... Ja... Ich bin drauf... Achso... Ich bin an der falschen Seite... Falsche Seite, falsche Seite... Pass auf... Da ist noch wer... Ja, ich seh's... Nehmen wir die Treppe zum Flugdeck... Wo ist der Kabin? Der ist auch noch grad oben... Ja, ihr seid an der falschen Treppe... Ihr müsst wieder auf das Flugdeck zurück... Achso... Ok, ich komm zurück... Und dann die... Ach, ihr seid abgebogen... Ja, ja... Ihr seid... Ihr müsst wieder auf das Flugdeck zurück... Hier... Ja, ja... Komm, wir kommen, wir kommen... Ich will überlegen, ob ich die Schotti nehmen soll... Ich bin auch... Ja... Hier lang... Mann... Die schwere Strotflinde, gell? Ja... Da lang... Ok... So... Ok... Hier... Ok, rein... Da lang... Ja... 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 Mach dir mal... Geht mal vor... So, ich geh hoch... Ich geh vor... Wo geht's hoch... Da geht's hoch... Achtung, pass auf... Da sind direkt welche... Wow, wow... Was sind die denn? Ok, ich geh hier... Achtung, da ist einer... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Die Schottflinte ist so überpowered... Sind... Ist da noch mehr Deckung... Ja... Achtung... Warte... Oh... Jetzt hätt' ich... Boah... So... Ach da... Da wird die Kiste geschossen... Hä? Scheiß Kiste ist im Weg... Warte... Achtung, wir sagen... Wow... Ich krieg' kugelste Hits gerade... Ja, ich hol' mir die hier auf der einen... Geh doch mal in Deckung, Junge! Wo ist der denn? Hinter dir... Ach... Das ist welch... Ich renn' hier vorbei... Da ist da noch irgendwo einer... Da! Einer kann schon in die Hydra steigen... Ja, ich versuch's... Bin grad auf dem Weg... Aber da sind welche... Ey, warte, ich komm' mit... Ich hab' ihn... Ich hab' ihn... Einer rechts ist noch... Den rechten hab' ich... Ja, da ist noch einer... Ach so, das ist links beim... Wenn du rauskommst, den rechts hab' ich... Wenn du rauskommst, links... Hast du ihn? Ja... Ganz hinten ist noch einer... Ja... Oh fuck, der trifft ihn gerade... Der gerade verschwunden ist von mir... Ich steig' mir mal... Gib' mir mal... Gib' mir mal Feuerschutz... Ich geh' mal hin... Gib' mir mal Feuerschutz... Ich geh' hin... Ich kann auch schon starten... Ach so, ist weg... Wo kann ich hin? Ich skrutiere die... Alter, es ist so geil, ne? Ähm... Einen Rundenpunkt hab' ich noch... Hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn, hab' ihn... Oh, wie das aussieht... Einfach mal... LoL! Alter! Alter! Guck mal auf die Karte! Ja, ich seh's auch gerade... Ich bräuchte jetzt mal eure Hilfe... Ja, hier! Noch wie ich... Hast du auch... Du Jets? Ach du Scheiße... Boah... Also geil wär' wenn du... Geil wär' wenn du über mich drüber hinwegfliegen würdest... Alter! Nein, die kriegst du mit der Lenkrakete nicht... Wir müssen dir helfen mit Jets... Echt nicht? Die kriegst du nicht, die kriegst du nicht... Wir müssen dir helfen mit Jets... Aber ich hab' ja keinen... Wo sind denn die Jets? Überall? Die stehen rum! Ach so, die... Oh, ernsthaft? Ihr wollt' jetzt wirklich, dass ich fliege? Ich hab' nur gesagt, jeder muss fliegen! Das können wir sich ja mit dem auf der Stelle drehen! Ähm... Kann ich die Waffe wechseln? Ich werd' dann so angegriffen... Aber es ist ja relativ egal gerade, ne? Wie schieß' ich überhaupt mit dem Jet? Ach du Scheiße! Ah, okay, okay, okay... Weiß' ich Bescheid... Weiß' überhaupt gar nicht, wo ihr seid, Mann! Ich lauf' noch zum Jet hin, der natürlich ganz am Ende vom Flugbad steht! Ha! Einer ist weg! Ja, einen hab' ich auch schon... Aber... Ich glaub' zwei hab' ich mittlerweile schon, ich weiß es nicht... Das ging echt geil, Mann! Bist du mal... Dreht euch nicht zu viel im Kreis, Mann! LOL! Woah! Boah! Muss ich auch passen? Ich hab' den fast getroffen! Das war ich? Nee... Das war'n roter, definitiv! Ich konnte ihn anvisieren! Ja, okay! Wie kann man Waffe wechseln? Auf... Vier-Ecks! Auf... Vier-Eck! Bringt Raketen mehr, oder? Ja! Ja, gut, wenn du... Triffst mit dem Geschütz... Äh... Mit dem MG, dann... Bringt das mehr, aber... Das ist zu schwer! Zwei auf einen! Boah, ich... Leute, ich... Boah, Alter! Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid! Wieder einer weg! Ja! Wah, toll! Sehr gut! Ist jetzt noch einer! Das war's, aber da kommen bestimmt noch welche! Also die Action seht ihr leider nicht auf meinem Kanal! Eskortieren die Hydra zum Übergabeort! Wo ist denn der? Nein! Nein! Ach, da hinten! Gut! Oh Gott! Denk dran, Fahrwerke einfahren! Ja, hab ich schon! Direkt nach dem Start! Boah, Alter! Das ist so geil mit dem Ding zu fliegen! Ja! Oh! Ich kann leider mit Jets noch gar nicht umgehen! Ich auch nicht! Das geht! Alter, habt ihr auch grad die Top Gear Mucke? Ja, ich hab ums Radio ausgemacht! Ja, die Top Gear Mucke soll da kommen! Das ist wirklich! Okay! Ich kann's auch nicht hören, leider! Ich hör's mir den Let's Play an! Ich hatte das ganze Zeit im Radio und hoffentlich krieg ich ihn dann nicht von YouTube ein auf dem Kimmel! Tandy Logins, Danger So! Ja! Ich mach auch lieber mal aus, diesmal! Ja, 8 Sekunden darfst ja, aber... Weißt du nicht, ob's GEMA ist jetzt oder nicht? Und ja... Sowieso der letzte Quatsch, die GEMA! Ja, YouTube an sich ist eigentlich ganz geschillt, aber die GEMA ist halt das Problem, ne? Ja, YouTube... Die können da nicht so... Genau wie die GIZ, das ist auch wieder so ein Quatsch! Hm... Ich kann irgendwie nicht glauben, dass es das jetzt schon gewesen sein soll! Keine Ahnung! Ohne ich! Wieso, war doch ganz geschillt! Ja! Deswegen ja! Ja! Wahrscheinlich müssen wir noch landen! Ja, landen müssen wir! Also ich muss landen! Ja! Das ist... Hab ich halt noch nie gemacht mit dem Ding! Aber du kannst ja als Senkrechtstarter, oder? Kannst eigentlich stehen bleiben und runterschweben, oder? Genau! Versuch das Ganze mal! Du bist noch hinter uns, gell? Ja, der ist ein bisschen langsamer als eure! So! Also ich wär jetzt da! Das macht so fun! Wah! Oh, nicht übers Gefängnis fliegen! Wah! Berg! Ich glaub das... Ich glaub das ist in der Mission egal! Ja! Ja! Ja? Aber sofort sein Kudo sollte man, glaub ich, nicht direkt rüberfliegen! So, ist die Frage, muss ich jetzt landen? Ich glaub ihr nicht, nein! Gott sei Dank! Nein, wir werden einfach mal in der Luft! Gott sei Dank! Geh mal runter! Ich seh dich da, wie du grad über die Startbahn fliegst! Bin ich schon gelandet! Nee, ne, einer ist grad über die Startbahn! Einer ist gelandet, ja! Ja, ich hab grad die Schraube gemacht! Bitte nicht bis zum Ende der Startbahn fahren. Oh fuck. Ja, du siehst ja, wo ich stehe. Auf der genau anderen Seite. Ich bin nicht direkt auf dem Rollfeld. Ich bin noch nie Kampfjet geflogen. Nein! Wow! Nein! Nein! Ist noch... Es hat geklappt, glaube ich, oder? Jawohl. Nein! Was? Oh, scheiße. Nein, es tut mir leid. Was hast du gemacht? Ah, ich wollte abbremsen und dann ist der auf einmal runtergegangen. Dann konnte ich nicht mehr hochziehen so schnell. Fuck. Oh man. Oh, für Deutschland. Cool. Aber doch, oh nein. Spielt Deutschland heute, oder was? Ja. Ach so, siehst du, ich kenne mich da nicht aus. Was spielen die denn? Fußball gegen Australien. Das war schon klar. Ich habe gefragt, was spielen die denn? Die Frage, wie viel wir jetzt halt nochmal machen müssen, gell? Ja, ich weiß auch von vorne. Nein, ich weiß nicht, was mit dem Jets. Ab den, ab den Jets, denke ich mal. Ja, okay. Ah, scheiße. Okay. Tut mir leid. Ah, nicht ins Mikrofon reinpusten. Ja, bitte nicht. Ja, das ist immer... Das tut immer sehr weh. Ja. Okay. Ich bin mich schuldig. Aber wir müssen keine mehr töten, das ist gut. Ja. Ah, gut. Soll ich wieder die Hüter? Ja. Ja, das klappt ja sehr gut. Ihr seid ja ganz gut auch im Schießen und so. Wie ich das mit dem Landfliegenkrieger. Lassen wir die Hydra als erstes starten und wieder hinterher. Ja. Oh, das merkt ihr jetzt erst, dass sie geändert wurden. Wir wurden geändert. Wow. Alter, ich habe mich ja voll geil drehen. Hm. Wow. Alter. Was mache ich denn da? Wow, da kommt er. Traum auf, geht's hoch mit euch. Ich bin down. Was? Das war ein Spaß. Was? Alter, ich... Mein Kanzler ist eigentlich in 7 Chips gar nicht. Ich sehe nur, wenn es angewiesen wird. Ja. Schon, ja. Das ist that strange. Ich sehe so eine Prute, sehe ich da. Oder was? Ja, Riecher, schwarz für was? Ja, Hamburg, flieg du mal zum Speedy rüber und wir... Ich glaube, ich versuche mich mal mit den anderen. Wenn ich ihn sehen würde, von... Ach, da... Ist er das? Nee. Ich bin hier auch gar nicht. Ich sehe nur blau und rote Punkte. Blau ist immer gut. Hey, da ist ein Jet. Der schon weg ist, okay. Sind die Jets? Da oben. Ah, ich sehe sie. Ich lande mal wieder. Nein. Wieso, geht schon die Action schon wieder ohne mich ab? Ja, ich fliege jetzt diesmal auch nichts. Ah, ich habe... Wo sind denn die? Die sind die ganze Zeit vor mir. Ich fliege in deren Richtung und auf einmal sind sie neben mir. Habe ich da einen erwischt? Das war knapp. Alter, schon wieder. Ach, die sind da unten. Ja, die sind sehr tief. Jawohl, ich habe einen. Warum treffe ich diese Farbe nicht mehr? Sisse. Ja, toll. Ich habe noch einen. Ja, den wollte ich gerade. Auch noch. No, no. Also ich habe hier gerade Spaß. Ey, immer wenn ich... Immer wenn ich einen anvisieren will, zerstört irgendjemand anders den vor mir. Ja, mir auch. Sag mal... Ja, bei mir auch. Du bist bald. Ich glaube, das ist... Ah, okay, jetzt wollte ich gerade den Speedy anvisieren. Das geht nicht. Das überhaupt. Ne, das geht zum Glück nicht. Ja, den kann ich auch nicht. Das ist auch einer von uns. Ich... Wach, 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 wach. Wieso stellst du dich quer? Na gut. Und jetzt bitte sicher safe. Aber nice Mission auf jeden Fall. Ich streng, du musst nicht raus. Ich kann kein Gas geben. Was? Kein Spaß. Der Santa sieht schon geil aus bei Nacht. Auf jeden Fall. Wir haben hier auch Ego-Perspektive. Ja. Ja, oj, da. Nice, da shit. Das sieht ja richtig geil aus. Ob ich das kann so fliegen mit der Ego? Aber wenn du zu tief gehst über dem Boden, dann kriegst du Turbulenzen. Nein, so flüßt. Boah, Kino. Oh ja, Kino ist geil. Kino ist geil, ja. Man muss extrem aufpassen, weil kein Haus trifft. Ja. Das heißt, ihr dürft alle abstürzen, nur ich nicht. Ja. Ja, schön. Boah, schön übers Weinwood-Logo. Über, über, über. Indisch, indisch, indisch. Boah, Alter, neben mir ist es einfach wer. Ja. Wollte, wollen wir mal drei, wollen wir mal Raute-Formation fliegen? Komm, ich komme mal zu euch, lieber. Ach, Alter. Raute ist immer gut. Raute ist immer gut. Wir schauen uns echt um uns zu schießen, dann, oder? So, die sind ganz schön viel tiefer gehen. Guck mal, wir fliegen voll in der Formation. Ah, nein, nein, nein. Alter, mach bitte keinen Scheiß. Zur Not landet das Ding normal. Ich weiß nicht, ob das funktioniert bei dem. So gut, ich versuch's jetzt einfach mal. Aber ich hätte vielleicht auch eben die Dings ausfangen sollen. Barberg, ja, wäre hilfreich gewesen wahrscheinlich. Ja, ich hätte sowieso nicht geschafft, aber lande jetzt erstmal normal. Wer schießt, ja? Willst gar nicht wissen, ja. Du bist gelandet, nein? Ich bin gelandet, ja. Ich bitte lass mich nicht landen müssen. Wir müssen landen, wir müssen landen. Doch, wir müssen, äh, Begebi's Hydra stand da eben. Was? Ja. Bei mir steht Eskultiere, die Hydra sind rübergeworden. Ja, gefunden. Als, ne, bevor die Hydra kaputt gegangen ist. Echt? Ja. Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich da gerade die Punkte erreicht habe. Denk mal, ihr müsst auch landen. Oh, ich bin jetzt safe. Könnt ihr nicht alle landen und ich spring damit. Ja, es passt doch. Falsch haben wir raus. Oh, ich bin noch so. Wäre komplett abgestößt jetzt gerade. Ich war gerade am landen. Ja, das Fliegen ist ja nicht das Problem und so, das Starten auch nicht und das Landen ist echt. In unser Wagen. EMP kommt aus dem Jet, geht zurück in das 4x4. Wir nutzen das Jet, um ein bisschen Geld zu machen, destabilisieren ein Öl-System. Nicht fallen lassen, Leute. Ist der Wu und ist der Peng. Wir gehen jetzt auf Phase 2 und das bedeutet, dass es nicht fallen lassen wird. Als es mit dem EMP befindet wird und es in den menschlichen Wagen bekommen wird, damit wir die Leidung auf. Hey, bemerkt mit dem Ding! Es bedeutet auch, dass ein Valkyrie-Geräusch zu bekommen wird. Dadurch kriegen wir ja noch ein bisschen mehr Geld, hat er ja gesagt. Das wird es ja auch noch mehr Geld bekommen. Wenn wir mit dem fertig sind, gehen wir zurück in deinem Platz und kommen zu dem Ding, das ich nichts überlege. Echt aufgepasst? Cool. Mhm. Ich spreche auch mal mit, oder? Du bist schon wieder so leise. Wärst du leise? Ich. Und du? Bestanden. Easy Quarter Bronze, Rettungslacke Silber. Gold. Platin hab ich dann wohl. 20.000. 20.520. Geld. Oh, ich bin fast... Level 27, also wirklich noch 10 Punkte mehr und ich wäre Level 27. Schaut's bei eurer Zeit aus? Wir sind bei 26 Minuten ungefähr. Ja, 26.50. Ja, macht da einen Cut, oder? Ja. Das dachte ich auch grad so. Ja, ich verabschiede mich schon mal im Voraus. Meine lieben Zuschauer, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn's euch gefallen hat, ist zwar nicht so viel bei mir auf dem Kanal passiert. Bei mir, bei mir, bei mir. Links findet ihr nicht in der Beschreibung. Äh... Diesen hab ich auch auch verlinkt. Ich hab dich schon bei dem Video von... Von dem Video von gestern hab ich dich verlinkt. Gut. Aber mich hast du bei Battlefield heute nicht, oder gestern nicht verlinkt. Jaja. Echt nicht? Nee. Oh, aber bei dem ersten Battlefield-Video hab ich dich verlinkt. Ja, das erste war auch gut. Das zweite hab ich auch nicht hochgeladen. Achso, na dann verlinke ich dich auch nicht. Ja, weil... Das müssen wir auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Ja. Gut. Also, ich verabschiede mich und irgendjemand anderen quatscht den Rest. Ciao. Ja, ich bin noch im Ladebildschirm-Simulator, also... Tito. Ich sag auch Servus. Und ich sag mal Rest. Tschüss. Tschüss mit Tö.